Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Motorsport-Fans, herzlich willkommen zurück, hier bei Nik Freizockt Motorsport-Manager. Wir sind im Qualifying. Ich gehe das heute mal ein bisschen anders an. Ich gucke heute einfach auf die Aufnahmedauer und alles, was da über ein paar 20 Minuten geht, versuche ich irgendwie. So kann es super risikobereit, das ist ein Feature, was wir einsetzen können. Was opfern wir denn dafür? Wahrscheinlich die Reifen. Wenn es Sinn macht, ich habe keine Ahnung, ob das Sinn macht. So, wir gucken. Passt, passt. So, die Reifen haben nämlich jetzt 5% mehr Leistung. Das heißt, der ursprüngliche Wert des Reifens wird um 5% erhöht. Die Leistungspunkte des Reifens haben wir um 5% erhöht. Und das Setup, äh, 97%. Das passt. So, gucken wir mal hier rein. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Mit der letzten Änderung haben wir es geschafft, 97% zu kriegen. Ich bin stolz auf euch, Jungs. So, beide frische Räder. Einigermaßen passt. Dann würde ich sagen, Qualifying geht los. Wir gehen hier eine komplett neue Taktik an, indem wir sagen, wir fahren raus, direkt am Start. Ich lasse Lee Han mal vor. Er ist in meinen Augen der bessere Fahrer. Dann packen wir den hier hinterher. Auto. Sobald wir es einstellen können, Auto. Wir gucken mal nach Lee Han, der ist vorne. Wie das Ganze läuft. Wir können hier mal ein bisschen schneller machen in der Einführungsrunde. Deshalb machen wir Auto, dass wir das ein bisschen schneller machen können. So, schaffen wir es, da vorne perfekt zu werden. Wir sind drin im Fenster. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen höher, ein bisschen höher, ein bisschen. Kalte Reifen. Wird wahnsinnig. So, er hat gute Reifen. Liegt noch ein Flugzeug drüber. Jetzt kommt vor uns natürlich jemand raus aus der Box. Das ist immer gut. Wenn du auf einer schnellen Runde bist, da kommen Leute aus der Box und stehen dir im Weg. Ich würde gerne mit meinem Fahrer Ideallinie fahren. Und ich hätte gerne, dass die anderen nicht Ideallinie fahren. Der wird schon beeinflusst, habe ich den Eindruck. Also, der macht nicht den Eindruck, als ob er irgendwie auf seiner Linie fährt. Sondern, als ob er schon alternative Linien fürs Überholen anpeilt, die er dann wieder verlassen muss, weil er nicht rankommt. Und sowas kostet Zeit. Unheimlich viel Zeit. So, wenn das jetzt durch ist, gucken wir mal, was wir für eine Zeit haben und wo wir stehen. 1,43, 0 ist der gefahren. Ernsthaft? 1,42, 8 der Kas... Achso, Moment, ja doch, haben wir im Training ja getestet. Aber die anderen fahren 1,40, wenn sie Gas geben. Hm, das war der Joke da dran. So, macht aber heute mal nix, denn wir fahren tatsächlich heute nochmal raus. Denn ich will mal den Zeitunterschied sehen. Zwischen früh rausfahren und dann spät rausfahren, wenn viel Kripp da ist. Ich brauche jetzt aber lang für in die Box. Ich habe gedacht, das geht ein bisschen schneller, Freunde. Das heißt, die kommen an, kriegen frische Räder und dann direkt wieder raus. Können wir uns eigentlich leisten, glaube ich. Wir haben genug Reifen. So, das Ding mit Auto müsste auch noch an sein. 1, 1, 1, Passt. Wir zoomen wieder ein bisschen raus, gucken wieder auf Li Han. Momentan haben wir komplett freie Bahn. Die Frage ist, haben wir die freie Bahn auch noch? Wenn wir dann über Start, Ziel kommen. Das ist das Problem. Du musst eine freie Runde erwischen. Und wenn ich mein Glück kenne, fahren die wieder dann raus, wenn ich gerade da vorbeifliege. Na, da kommt schon einer. Da kommen schon zwei. Aber die sind weit genug weg. Die 14 könnten ein Problem werden für Li Han. So, also Li Han hat wohl freie Bahn jetzt. Das ist gut. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie die Reifen waren von der Wärme her, ob das diesmal alles passt. Auf jeden Fall haben wir jetzt mehr Grip, den Maximum Grip, weil letzte Runde, ne? Und das ist auch geil, die fahren raus, die schaffen keine Runde mehr, aber sind jetzt zwischen uns. Okay. Also Li Han konnte es umsetzen. Der hat mal, na, oder auch nicht, Klammer zu. Das ist der Punkt. Versteht ihr? Deshalb fahre ich normalerweise nicht mehr raus. Ich fahre am Anfang meine zwei Runden und dann bleibe ich in der Box. Warum? Weil es mich nur Reifen kostet. Ich habe nämlich jetzt zwei kaputt gefahren. Ja. Zwei Reifensätze. Und, ähm. Wenn wir uns die Zeiten angucken. Ja, ich habe, was habe ich dadurch gewonnen? Anstatt von Platz 19 starte ich jetzt von Platz 18. Das ist das, was ich die ganze Zeit erzähle, warum es keinen Sinn macht für uns, nochmal rauszufahren. Warum es keinen Sinn macht für uns, ähm, am Schluss des Qualifyings zu fahren. Wir brauchen da noch nichts optimieren. Wir sind so arsch langsam, dass wir froh sein können, wenn wir mitfahren dürfen. So, äh, Qualifying simulieren. Aber das ist halt das Problem. Also ich meine, ich kriege das auch immer wieder mit, wenn ich Kommentare lese, wie, ich fahre erfolgreicher wie du. Und, ähm, du kannst nix. Das ist ein Glücksspiel hier in dem Spiel. Wer das nicht rafft, ist einfach zu doof. Entschuldigung, wenn ich das sage, ja. Ich habe in einem Livestream einem Kumpel geholfen, der zum ersten Mal das Spiel gespielt hat. Und er ist in dieser Serie beim ersten Rennen, dank Wetterchaos, ich glaube unter die Top 5 gefahren. Wir hatten noch kein solches Wetterchaos. Soll ich euch was sagen? Der hatte mehr Punkte und hat viel besser abgeschnitten wie ich. Bin ich jetzt deshalb ein Vollnoob eigentlich nicht. Sondern er hatte halt andere Bedingungen. Und das ist das, was viele einfach übersehen. Das ist kein Spiel, wo alles gleich ist. So, das war's. Qualifying. Acht Minuten ist mir zu kurz. Machen wir direkt weiter mit dem Rennen. So, Renntag hier in Doha. Wir starten von, äh, 18.20. Wir haben es geschafft, tatsächlich einen zu überholen. Und jetzt ist die große Frage, was nehmen wir? Ich würde sagen, wir nehmen Renntrim und risikobereit. Auf der anderen Seite kann uns das hier mehr Zeit verschaffen wie das hier. Wenn wir nämlich nur zwei Stopps fahren, was nutzen uns? Zwei Sekunden Zeitgewinn. Pro Boxenstopp. Macht uns vier Sekunden schneller. Wenn uns das hier pro Runde ein Zehntel schneller macht. Und wir fahren 29 Runden. Sind es nur drei Sekunden. Ja, also verstehe ich mich nicht falsch. Das sind Werte, die musst du wissen eigentlich. Ja, und das ist das, was ich sage. Eigentlich sind das Werte, die musst du wissen. Da musst du es berechnen. Und so kannst du einen optimalen Weg rausfinden. Wie viel schneller machen uns denn die 5% Leistungsverbesserung am Reifen? Ist das hier schneller oder das hier schneller? Wissen wir es? Wir wissen es nicht. Ist das hier schneller oder das hier schneller? Wir wissen es nicht. Kann ja auch sein, dass das mit dem zusammen schneller ist als das zusammen oder das zusammen. Und das ist einfach der Punkt. Dazu brauchst du Zeitangaben. Und wir kriegen sie nirgends. Ist es denn so schwer hier reinzuschreiben? 0,4 Sekunden pro Runde. Und hier 0,5 Sekunden pro Runde. Und hier 3 Sekunden pro Boxenstopp. Ist es so schwer, da die Boni reinzuschreiben, dass man das weiß, was in Kombination schneller wäre? Schreiben wir. So, wir haben die zwei Dinger. Ich benutze die. Wobei, das ist Casino. Da können wir es testen. Bei Casino können wir es testen. Weil, den auf weichen Reifen fahren zu lassen, ist eventuell nicht unbedingt die beste Lösung. Der kommt vielleicht nicht durch. Versteht ihr? Das ist auch die Frage hier. Das hier habe ich immer. Das nur, wenn ich die weichen Reifen drauf habe. Was ist, wenn ich die mittleren fahren muss? Weil der Reifenabrieb einfach so hoch ist. Egal, den heizen wir. Wird schon schief gehen. Gut, wo haben wir den Rechentaschner? Den brauchen wir immer. Hat auch jemand gesagt, ja. Wäre es nicht sinnvoll, die Pause zu nutzen, damit da nicht so viel Zeit für die Überlegungen drauf geht. Die Überlegungen gehören zum Spiel. Mann. So, 29 Runden durch 3. Sind wir bei 9,6. Wenn ich den jetzt allerdings auf den harten fahren lasse. 29 Runden durch 3. Achso, ne. Durch 2. Ne, ne, ne. Komm mal auf 14,5 reicht auch nicht. Es reicht nicht. Wie ich es mache, es kommt nicht hin. Wir starten auf weich und nehmen dann für die nächsten beiden Stints die mittleren, damit dann nicht so ein Reifenbedrängnis kommt. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mit 9 Runden an. Mal 1,33, weil wir lassen ihn die ganze Zeit wieder durchpushen. Und dann fährt er mit 12 Runden Sprit los. So, und hier kostet uns eine Runde mehr Sprit ein Zehntel. Und das ist eine Info, die hätte ich gern früher. Die hätte ich wirklich gern früher, weil dann kannst du berechnen. Wenn du sagst, ich muss mehr Sprit mitnehmen für eine Einstopp-Strategie. Weil ich muss für eine Einstopp-Strategie 15 Runden fahren. Wenn ich 15 Runden Sprit reintank, bin ich eine halbe Sekunde langsamer. Dann kann ich ausrechnen, was schneller ist. Der Boxenstopp oder das Durchfahren. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es da noch nichts gibt, was diese Berechnungen hier irgendwo einfügt. Na gut, vielleicht kannst du ja auf einem höheren Level irgendwas bauen, was es dir sagt. Aber trefft die Entscheidung mal nach Gefühl. Du liegst immer falsch. Liegst du immer falsch. So, der kommt durch. Den können wir 10 Runden fahren lassen. Den lassen wir aber am Anfang auch. Ja, 14 Runden Sprit. 10 mal 1,33. Sind wir bei 13,3. Sind 14 Runden. Auf schönen, frischen, soften. Macht den natürlich jetzt 2 Zehntel langsamer wie den guten Casino. Und er fährt eine Runde länger. Ich bin mal gespannt, ob das gut geht. Und die Strategie soll wieder sein. Motor, Modi, Vollgas und Reifen können wir vielleicht bei dem später hochsetzen. So, dann würde ich sagen, starten wir das Rennen. Lange Rede, kurzer Sinn. 14, 15 Minuten sind rum. Die haben wir da benutzte, müssen dann wieder rein. Wir können etwas länger fahren. Wir gehen dann vermutlich alle auf mittlere. Deshalb haben sie die auch schon getestet. Und wir werden mit unserem hier immer weiter pushen. Und da der jetzt langsamer ist und der hinter ihm steht, wird das auch lustig. So, wir gucken uns an, wie das Ganze dann im Rennen passiert. Oder nicht passiert. Sehen wir dann alles. Go, go, go. Lien hat den besseren Start, obwohl schwereres Auto. So, wird jetzt eingeklemmt. Jetzt kann Casino aufholen. Ich glaube, wir gucken nach Li Han die ganze Zeit. So, und da sind wir wieder auf 19,20. Also, einen Reifensatz zu verschwenden und Platz in der Startaufstellung zu gewinnen, hat nicht wirklich Sinn gemacht. Ich gehe aber davon aus, dass die anderen früher reinkommen. Bis auf die weichen, äh, ja, bis auf die mittleren Reifen, denke ich, werden alle früher reinkommen. So, und wir sind hier zwischen lauter und mittleren Reifen, wenn ich das sehe. Die sollten wir uns eigentlich jetzt holen können. Denn wir haben mehr Grip. Ja, in der Anbremszone EAS benutzen, ist natürlich sehr clever. Wir benutzen es, wenn wir rausfahren aus der Kurve. Ein Casino kann man ein bisschen sparen. Auch da muss ich mal eine Lösung finden. Was ist eigentlich besser? Länger sparen oder öfter einsetzen? Ja, das Feld ist hier sehr eng. Viele Kurven. Nervig, sowas zu fahren hier. So, wir gehen. Jetzt mit dem. Und jetzt mit dem hier auf EAS. Casino kann sich damit gerade mal wehren. Nach vorne geht's nicht. So, vor uns die kämpfen. Da kann man eigentlich mit durchschlupfen, wenn man clever ist und dran ist. Weil ja die Tür aufgedrückt wird von dem, der überholt. Ja, das ist unglücklich. So, der muss sich ein bisschen nach vorne schieben, dass wir jetzt hier in der langen Kurve vorbeikommen. Sehr schön. So, langsam geht's nach vorne. So, wir sind auf der besseren Linie mit Lihan. Können wir es uns erlauben, ein bisschen schneller zu machen oder gibt das Probleme dann mit EAS-Einsatz? Ja, sie schaffen es nicht, da vorbeizukommen. Wir sind Runde 5 von 29. Ich versuch's mal an der anderen Stelle mit EAS. Hat auch nichts gebracht. Wir sind zwar näher dran, kommen aber trotzdem nicht vorbei, weil Higgins verdammt gut blockiert. Jetzt sind wir nebendran. Schaffen was, schaffen was, schaffen was, schaffen was. Sehr nice, wir sind vorbei. Also eigentlich sollten langsam mal irgendwelche Autos reinkommen und sollten Reifen wechseln. Ich verstehe nicht ganz, warum die da vorne keine Boxenstops machen. Leih ist schon drin gewesen. Jetzt kommen die anderen. So, wir müssen hier vorbei, sonst sind wir auf der falschen Linie. Ja, ja, du kommst hier auch als erst rein. Nur keine Panik. Aber ein bisschen fahren musst du noch. Wir müssen profitieren, vom länger draußen bleiben können und den besseren Rädern. Und Undercut gibt's hier nicht, aufgrund von, ja, wir fahren nicht voll. Wäre das hier ein Formel 1 Rennen, würde ich sagen, das ist total bescheuert. Wir müssen zuerst reinkommen. So, und jetzt bitte push, push, push da vorne. Du musst Zeit gut machen. So, ich will auch Lee Han mal da wegkommen lassen. Lee Han müsste, glaube ich, jetzt noch eine Runde fahren. Das heißt, die Runde müsste jetzt reinkommen. Wir gucken jetzt mal nach, ob... Na gut, da müsste eigentlich mit den Soften es da durchkommen, normalerweise. Die Soften dürften schneller sein. Ich meine, der Verbrauch ist super. Der hat noch 33% drauf. Es müsste eigentlich gehen. Na, das ist das Problem. Wir müssen aufpassen. Immer 9, 18 und dann harte zum Schluss fahren. Also, wir machen wieder so, ähm... Wir machen mal 13 Runden Sprit rein. So, und wir können hier einen schnellen Boxenstopp machen. Ja, ihr seht, zwei Sekunden gewinnen wir dadurch. Wir nehmen ein bisschen mehr Sprit mit. Wir haben jetzt, wir haben jetzt ein Problem. Dem sein Sprit reicht vermutlich nicht bis in die Box. Wir sind schon vorbei. Wir schalten mal eine Stufe niedriger. Dass ihm der Sprit nicht ausgeht. Und ich bin sogar am überlegen, es bei ihm auch zu machen. Aber bei ihm sollten wir genug Puffer haben, normalerweise. So, Platz 3 kommt auch rein. Wir benutzen hier ERS, weil schnelle Kurven. So, er geht in die Box. Er ist vorbei. Er nimmt sich wieder die Weichen. Er hat noch genug Sprit. Ähm, wir machen für... 13,5 Runden rein. Dass wir dann bei Runde 20 wieder reinkommen. Müsste sich normalerweise ausgehen, laut Rechnung. Er kann allerdings nicht schneller Boxenstopp machen. Er verliert zwei Sekunden in der Box. Und die machen einen Boxenstoppfehler hinten. Es ist zum Kotzen. Wirklich, ey. Es ist aber auch immer was anderes, ja. Jetzt sind wir letzter. Warum? Weil die Sekunden in der Box verschwendet haben mit einem scheiß Reifenstopp. Da kriege ich Plug. So, jetzt bitte. Alles geht gut. Ausnahmsweise mal. Geht alles gut. Und trotzdem kommen wir raus und sind 12. Wir haben jetzt die frischeren Räder. Die nächsten gehen schon wieder in die Box. Ich versuche irgendwie vorbeizukommen. Sehr gut. Sehr gut. So, wo haben wir den Kollegen? Da brauchen wir auch mal einen guten Spot, um unser ERS einzusetzen. Um ein bisschen Speed auf den Vordermann zu gewinnen. So, das hat uns rangebracht, glaube ich. So kommen wir an Schlagdistanz. Wenn er dann nicht wieder das ERS benutzt. Ja, wenn er dann nicht wieder das ERS benutzt. oh man wir fahren auf position 10 wir haben noch ein boxenstopp vor uns wenn alles gut geht können wir diesmal wirklich auf position 9 abschließen das muss aber laufen freunde und die räder werden zu heiß ich weiß nicht warum so bei ihm hier müssen wir mal gucken also erstmal bei ihm logischerweise wenn er jetzt durch diese kurve ist soll er es benutzen und er genauso kommen schon die herren sehr schick siebter bisschen absetzen ganz wichtig bisschen vorsprung rausfahren oh man oh man oh man oh man ich kann das einfach nicht auf voller geschwindigkeit laufen lassen weil ich das ers managen muss und alles das ist halt problem bei der klasse hier sind auf platz 6 aber unsere räder werden zu heiß ich werde wahnsinnig ja wenn wir jetzt anfangen räder zu schonen da weiß ich nicht ob wir uns vorne halten können ganz im ernst wir verlieren zu viel zeit wir verlieren zu viel zeit fahr weiter einfach weiter fahren weiter fahren weiter fahren so wir sind in runde 18 ich glaube für ihn ist boxenstopp angesagt in runde 18 da war was oder in runde 19 war boxenstopp angesagt in runde 18 war boxenstopp angesagt dann wollten wir die härteren nehmen 9 18 11 mal 1,33 damit er weiter pushen kann sind wir gehen es knapp an wir riskieren es wären 14,63 wir fahren mit 14,34 9 wir riskieren es nicht keinen sinn das zu riskieren batterie laden machen wir nicht so letzter boxenstopp für casino so wir sind fünfter da vorne schon wieder ein fehler beim rat 6 die wollen mich doch verarschen oder wollen die also das ist doch nicht mehr normal wir sind schon wieder letzter ach diese blöden pisser in der box wirklich hey das gibt es doch überhaupt nicht wir haben das freigeschaltet dass wir schnelle boxenstopps machen können und was machen die die versauen jeden tricks boxenstopp da frage ich mich da brauche ich auch die fähigkeit nicht die können never ever durchfahren die anderen ich bin nur am überlegen wann wir reinkommen eigentlich jetzt für neun runden boah regt mich das auf dass die boxenco die ganze zeit die boxenstopps versaut ja ich meine wie willst du einen blumentopf gewinnen da hast du zwei sekunden die du schneller boxenstopps machen kannst und im ergebnis verlierst du sechs sekunden weil sie jetzt mal den reifen vergessen ist das ferrari oder was hier so die anderen kommen auch die anderen kommen auch ich glaube wir haben einen ausfall oder sind wir am kämpfen bitte lass alles gut gehen sprit reifen wir kommen auf zwölf aber vor uns sind einige die müssen boxenstopp machen wir haben jetzt die besseren und schnelleren reifen die frischeren reifen wenn wir glück haben schaffen wir es nach vorne zu fahren jetzt das wäre cool neunter platz was würde ich dafür geben so der erste ist in der box schaffen wir es vorbeizukommen an den nee das gibt es doch nicht okay die können sich boxenstopps erlauben und wir schaffen es nicht ranzukommen wollen die mich verarschen der zweite platz ist in der box schaffen wir auch nicht vorbeizukommen vier fünf ist in der box wir sind zehnter vor uns ist der neunte der neunte hat scheiß reifen der muss auch irgendwann kommen und hält uns auf jetzt komm 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 schieb dich vorbei schieb dich vorbei schieb dich vorbei vor uns die genau in die box der achte blatt was machen die mir gefällt einfach vorbei ich glaube ich glaube ich krieg black so wir sind wieder siebte ich gebe alles ich gebe alles ich bin bereit sogar mehr reifen risiko einzugehen die anderen kämpfen auch mit allen mitteln alter die überrennen uns ja was ist denn hier los ich weiß die haben das bessere auto aber wir haben die besseren räder ich bin mehr auf diesem scheiß ers eher wie sonst was pause ich muss mal gucken was fahren die denn die fahren aber auch hier reifen modi sprit modi das ist ja unglaublich die attackieren mich ja bis zum geht nicht mehr dass wir müssen auch wir müssen verteidigen auf der anderen seite der fährt sich gerade hinter uns sein reifen kaputt der fährt sich gerade sein reifen kaputt ja wir fahren unseren reifen noch nicht kaputt vielleicht kriegen wir ihn ja am schluss noch über die reifen aber der ist wahrscheinlich so affisch schnell noch vier runden wir liegen auf platz neun noch vier runden und wir liegen auf platz neun jetzt liegen auf platz acht jetzt liegen wir wieder auf platz neun das darf nicht wahr sein ja gut das ist lei lei ist so schnell den werden wir nicht halten können und die räder überhitzen es darf doch nicht wahr sein du willst mal ein bisschen pushen schon sind die räder am klühen es ist nicht mehr lang können wir es uns erlauben nicht wirklich nur wenn wir die reifentemperatur ein bisschen runter kriegen kommen wir nochmal in schlagdistanz zu den vorderen plätzen aber neunter können wir werden das ist kein joke wir können neunter werden wenn die hinter uns nicht plötzlich zaubern das gibt es nicht letzte runde wir müssen also praktisch die plus noch eine und der zehnte kommt immer näher alter wieso verlierst du denn 2,4 sekunden auf die runde der macht mich alle jetzt macht er wieder zeit gut es ist die letzte runde wir werden neunter ich glaub's nicht was im glück habe ich den sponsor ausgewählt sonst würde ich mir jetzt den arsch preisen neunter und dreizehnter zum glück habe ich den sponsor ausgewählt sonst würde ich mir jetzt in den arsch preisen wirklich weil das ist ja der hammer wir kriegen 225.000 für neunten platz ich bin geschafft ich bin geschafft ich habe mich voll angestrengt weiß nicht ob ihr das hört aber ich bin bin platt die haben alle irgendwie in weißen reifen in der mitte gefahren und haben somit hinten raus kürzere zeiten gehabt außer white der ist auch die letzten runden so gefahren und der hat den reifen mehr verbraucht als wir da hätte ich eigentlich die hoffnung gehabt dass wir das schaffen an dem noch vorbeizukommen aber gut ich bin mit dem neunten platz mehr als happy die anderen haben das bessere auto die haben die besseren fahrer die haben das bessere material die haben die besseren fabriken und wir sind neunter das muss man sich mal geben 225.000 euro sponsorgelder für den neunten platz beide fahrer steigen in der fahrermeisterschaft wieder hoch auf 12 und 13 wir haben 115 punkte und setzen uns damit deutlich ab gegen makia engineering und nicholson racing leute ich bin wirklich ich war ich habe gehofft dass er es am schluss schafft das war so spannend ich weiß nicht wie ihr es empfunden habt aber ich hatte so angst dass nur irgendwas passiert dass er sich verbremst dass der reifen einbricht dass irgendwas überhaupt nicht hinhaut ja und dass ich dann am schluss da stehe und sagt wieder nur zehnter oder noch schlechter dann guckt euch mal an was das gemacht hat plus 36 prozent zufriedenheit beim vorsitzenden sind wir da bei 96 was ein glück habe ich das angefragt das geld weil wir machen jetzt auch weniger verlust haben ja das geld bekommen und ja wir haben ihn hier praktisch hier runter und jetzt haben wir also plus 50 wegen dem geld was wir angefordert haben und jetzt haben wir plus 36 bekommen weil wir eben ein richtig gutes ergebnis in du hatten und damit hat sich das fast wieder ausgeglichen also wir haben so gut wie überhaupt keinen verlust durch die geld anforderungen erhalten und die autos die sind platte hat er kämpft der sieg hat er kämpft der sieg hat er kämpft der neunter platz interessiert sich für diesen fack sieg pay driver 216.000 aber kein marktwert kein feedback ja ein bomben marktwert der ist umstritten aber umstritten ist ne ne oh oh wisst ihr was dem so ein problem ist oder von ihr das problem ist die 36 die bezahlt 282.000 und hat 14 feedback ähm also 14 feedback hört sich super an der marktwert hört sich bombastisch an umstritten bleibt hier kannst du hier willst du noch werte verlieren aber das feedback das ist bombe das ist das wär dir die 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 ersatzfahrerin für uns wir würden die hälfte kriegen wenn die billiger zu haben ist wie 141.000 gehalt machen wir mit der gewinn kommt auf die liste ja ich bin raus hier interview wie gesagt machen wir wieder beim nächsten mal ich bin raus hier sagt danke fürs zuschauen wünsche euch noch viel spaß auf youtube noch viel spaß mit meinen anderen videos macht's gut bis zum nächsten mal bye bye und jetzt muss ich mich erholen ich feiere den neunten platz das wärs ein rennsieg ohne witz 225.000 sponsorgelder obendrauf aufgrund der guten platzierung für uns ist der neunter platzensieg ohne scheiß und dann geht's wieder nach peking im nächsten rennen und die rennen sind so gut finanziert ich mach mir da gar keine gesorge mehr bis zum nächsten mal bye bye zwei 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 Vielen Dank.